Wir widmen uns dennoch erstmal den Zimmerpflanzen. Da haben ja viele ein glückliches Händchen. Aber hier und da gibt es natürlich auch Problembereiche. Stichwort Schädlinge. Also Wolläuse fallen mir ein, Schildläuse. Und du hast noch was ganz anderes entdeckt. Ganz genau. Diesen Winter hat mich so Einschädling so ein bisschen beschäftigt. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich überhaupt draufgekommen bin, wer es ist. Und zwar der kalifornische Blütentreps. Und der ist so winzig. Also wenn du hier mal guckst, das ist so eine Falte von der Orchidee. Das ist jetzt die Larve. Die sind winzig klein und die treten auch nicht so in Massen auf. Und selbst wenige Schädlinge können nachhaltig so eine Pflanze schädigen. Das ist das erwachsene Tier. Also man entdeckt sie kaum. Aber man sieht deutlich den Schaden. Und der beginnt mit dem Austrieb. Also die kleine Spitze von so einem Austrieb wird geschädigt. Da legen die ihre Eier rein. Und dann treibt die Pflanze einfach nicht mehr aus. Und so erkennt man es eigentlich auch. Also wenn ich zum Beispiel die kleinen Monster rast. Die sind total anfällig. Die sind nicht mehr richtig ausgetrieben. Dann habe ich eine Calathea. Oder auch so manche Orchideen, die nicht aus dem Pott kommen. Da vielleicht, da muss man dann mal da nachgucken. Was kann ich machen? Die Spur. Ja, ich habe dieses Jahr entdeckt relativ neues Pflanzenschutzmittel für den Innenbereich. Und zwar auf Orangenölbasis. Also das ist für mich ein relativ umweltfreundliches auch Pflanzenschutzmittel. Und habe auch von Experten gehört, dass das wirklich sehr wirkt gegen alle Schädlinge, fast alle Schädlinge im Innenbereich. Und das muss man dann gerade bei diesen Blütentrips so eine Art Blockbehandlung machen. Das heißt, ich muss innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von drei bis zehn Tagen, dreimal spritzen. Und zwar richtig tropfnass. Also richtig ein gutes Sprühgerät, das fein sprüht, von unten, von allen Seiten tropfnass einsprühen. Und dann bekommt man es in den Griff. Also klingt kompliziert, aber es riecht vor allem gut, weil dieses Orangenöl, das ist hier ein tolles Aroma in der Luft. Ganz genau. Und um überhaupt auch drauf zu kommen, habe ich so etwas, nützen auch diese kleinen Blautafeln. Also die sind nicht so einfach zu bekommen, aber hier kommen dann die erwachsenen Tiere, die kleben dann dran. Und damit hat man die auch schon so ein bisschen eingegrenzt. Geht das auch für Wolläuse und Schildläuse so grundsätzlich? Nein, also Blautafeln, also nur bei den Trips. Und dieses Orangenölpräparat, das habe ich bemerkt, hat bei den Wolläusen nicht so gut funktioniert. Und da habe ich dann einfach so ein Orangenöl mal ausprobiert und das direkt in diese Blattachsen hinein. Also hier habe ich ja noch so ein Exemplar, das mit Wolläusen da bestückt ist. Und hier habe ich so eine Pflanze. Normalerweise würde ich die dann vielleicht auch mal entsorgen, aber ich wollte es ausprobieren. Und die ist seit einigen Wochen absolut Wolllaus-frei und genau mit dieser Methode. Okay, kann man das selbst machen? Also Öl und einfach Orange auspressen, so mal kurz gedacht? Also das Orangenöl, das ist was ganz Spezielles. Also im Haushaltswaren, also zum Putzen kann man das auch verwenden. Und Pflanzenschutzmittel, wenn man sprüht, würde ich schon ein fertiges Brutto kaufen. Denn damit, wenn man selber anmischt, kann man auch seinen Pflanzen schaden, wenn man nicht die richtige Mischung erwischt.